hallo und herzlich willkommen zum übungsblatt 02 und zum thema klassen klassen sind ein so wichtiges thema sowohl in java allgemein als auch auf dem übungsblatt 02 dass klassen tatsächlich als eines der wichtigen themen ganz oben auf diesem übungsblatt in der präambel genannt werden und natürlich entsprechend kommt das wort klasse auf dem übungsblatt entsprechend häufig vor zum beispiel hier oder auch hier oder auch hier sie sehen wir haben verschiedene klassen jetzt hier auf dem übungsblatt 02 an denen sie mitwirken müssen um sie zu vollständigen klassen zu machen auch hier noch mal nicht nur auf dem übungsblatt sondern auch in der klausur sind klassen wichtig weil sie eben ein grundlegendes konzept von java sind zum beispiel bei der klausur im frühjahr 2020 waren klassen zu schreiben bei einigen teilaufgaben von aufgabe 2 von aufgabe 3 ja und an anderen stellen in der klausur kommen klassen natürlich auch noch indirekt vor so wir haben klassen schon von ganz so anfang gesehen wir haben die klasse robot ganz so anfang gesehen schon in dem allerersten kapitel und haben auch schon gesehen wie wir uns das ganze im hauptspeicher vorstellen können das haben wir im allerersten video zum übungsblatt 00 alle schon gesehen hier nur noch einmal zur erinnerung und wir haben gesehen wenn wir eine variable vom typ robot beispielsweise haben von dieser klasse dass wir da etwa methoden die für diese klasse robot geschrieben worden sind dass wir die dann aufrufen können und dann passiert irgendwas in vort passiert dann eben beispielsweise bei der methode move dass dieser robot da innerhalb der world ein schritt vorangeht in der richtung in die er zeigt so wir haben aber auch schon das thema identifier gesehen bezeichner allgemeine die regeln wie man identifier tatsächlich bilden darf in java aber auch die konventionen wie klassennamen beispielsweise zu bilden sind erst einmal die allgemeinen regeln nur noch mal zur erinnerung haben wir alles in unserem ersten video schon mal gesehen dass identifier eben aus buchstaben klein und groß wird unterschieden bestehen können aus ziffern und aus diesen zwei sonderzeichen noch und das erste zeichen darf keine ziffer sein auch die schlüsselwörter und anderes dürfen nicht gewählt werden groß und kleinschreibung haben wir schon gesehen wird unterschieden so dass also das schlüsselwort weil alles klein nicht als identifier verwendet werden darf aber jede verfremdung davon kann verwendet werden ist nicht unbedingt klug erleichtert nicht unbedingt die lesbarkeit ihres quelltextes aber prinzipiell möglich so und wir haben auch schon die konvention gesehen wenn sie eine klasse haben dann wird wird der erste buchstabe immer groß geschrieben das ist eine konvention sie müssen sich nicht daran halten das programm wird trotzdem übersetzt was sie geschrieben haben aber aus gründen der lesbarkeit für sich selber aber vor allem auch für andere ist es sehr sehr wichtig und sehr sehr wertvoll wenn sie sich von anfang an an konventionen halten und das ist eben die konvention für klasse für klassen wie robot großbuchstabe allgemeine konventionen wortanfänge mittendrin immer auch groß geschrieben so wie sie hier oben bei my robot my robot 2 get number of coins auch sehen aber ein wesentlicher unterschied ist eben dass bei anderen sachen wie beispielsweise variablen oder methoden der erste buchstabe klein ist bei klassen ist er groß hier nochmal dargestellt die wortanfänge und hier nochmal wo mindestens etwa in der einrichtung eines objektes und einer variablen einer klasse wo überall mindestens white spaces sein müssen auch das haben wir schon gesehen white spaces müssen mindestens seien zwischen namen der klasse zwischen zwei identifiern und schlüsselwort und identifier eben entsprechend wir bauen jetzt die klasse robot nach und nennen sie dann my robot das heißt wir bauen das nach was als klasse robot im paket fotbot implementiert ist nicht ganz also die verbindung zur world zur zeichenfläche das ganze zeichnen das werden wir auslassen aber alles andere was wertvoll ist bauen wir nach zumindest beispielhaft wir werden auch nicht alle methoden implementieren aber wenn wir fertig sind mit diesem video dann wissen sie wie sie auch die anderen methoden implementieren müssen so aber bevor wir zu der klasse robot kommen die nachzubauen als eigene klasse die wir my robot nennen die klasse robot hatte ja noch einen bestandteil eine zutat sozusagen nämlich eine direction hoch runter rechts links und die bauen wir jetzt als erstes nach auf der basiert dann auch die klasse robots das wird dann von der klasse robot verwendet nennen wir my direction und sie sehen wie sowas aussieht so sieht es immer aus das ist einfach eine aufzählung englisch enumeration abgekürzt enum sie schreiben also enum hin und den namen unter dem dieses enum diese aufzählung dann angesprochen werden können soll die nennen wir jetzt nicht direction wie in vorport sondern my direction zur unterscheidung und dann schreiben sie die verschiedenen fälle hin die aufgezählt werden können einfach so durch komma getrennt kein komma am ende nach dem letzten up down left right und ende das public hier vorne ist deshalb wichtig damit außerhalb der quelltext datei in der sie my direction implementiert haben tatsächlich auch my direction verwendet werden kann das ist aus dieser quelltext datei in andere quelltext dateien vor allem dann in unserer klasse my robot dann importierbar ist sie sehen jetzt hier noch geschweifte klammern drumherum das hatte ich vergessen zu erwähnen und damit haben sie eigentlich alles dazu alles wesentliche erst einmal zu enumerationen gesehen enumerationen hatten wir schon bei klasse robot gesehen genau mit diesen vier verschiedenen konstanten up down left right so jetzt kommen wir zu my robot und wir werden immer auch gleich eine bestimmte darstellungsweise die den namen uml unified modeling language trägt also innerhalb dieser konsistent gehaltenen vereinheitlichten modellierungssprache uml wie darin klassen dargestellt werden da sehen sie es gibt eine kurzform darüber gibt es nichts weiter zu sagen das ist einfach in einem kasten der name der klasse es gibt auch eine langform und da sehen sie dann neben dem namen im ersten kasten die attribute und dann die methoden die attribute vom roboter hatten wir auch schon erraten schon im allerersten video dass wir zwei attribute x und y haben die sind von dem ganzzahligen datentyp int den wir schon kennengelernt haben dann haben wir eben das was wir eben implementiert haben my direction davon haben wir ein attribut wo eben drin steht ob der roboter momentan nach oben nach unten nach rechts oder nach links schaut und wir haben auch schon gesehen die anzahl der münzen das ist auch wieder eine ganze zahl sinnvollerweise so warum steht da ein minus davor ein minus steht davor weil wir werden sehen wie man das schreibt werden wir gleich sehen wir wollen nicht dass diese attribute nach außen hin für nutzer unserer klasse my robot sichtbar sind deshalb werden wir private davor schreiben wenn wir die einführen werden wir gleich sehen und hier in uml wird es angedeutet durch ein minus so jetzt kommen danach die methoden sie sehen hier punkt 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 ich habe nicht alle methoden hingeschrieben nur die erstmal wichtigsten methoden alle anderen sind analog bildbar wir wollen sicherlich eine methode move einrichten sehen sie äh keine parameter und wir wollen dass diese methode nichts zurückliefert das schreiben wir in uml void hin turn left genauso sie soll nichts zurückliefern sie soll einfach nur etwas machen nämlich den roboter um 90 grad nach links drehen get number of coins und has any coins das sind zwei andere fälle get number of coins soll etwas zurückliefern nämlich die anzahl der münzen die momentan in diesem roboter gespeichert sind und has any coins soll true oder false zurückliefern true wenn der roboter tatsächlich münzen momentan gespeichert hat false wenn er keine münzen gespeichert hat das heißt also wenn die anzahl der münzen null ist true und false ist uns des öfteren schon begegnet das ist ein datentyp so ähnlich wie int ein datentyp nur int hat sehr viele verschiedene werte null plus eins minus eins plus zwei minus zwei und so weiter und so fort dieser datentyp boolean hier hat nur zwei werte true oder false das heißt also boolean ist der datentyp mit dem man binäre logik ausdrücken kann wir werden später noch mehr dazu sehen beziehungsweise mit diesem namen boolean wird dieser datentyp angesprochen warum boolean warum so ein komischer name dieser datentyp ist benannt nach einer person nach einem mathematiker aus dem 19 jahrhundert george boole ihm zu ehren findet man in sehr vielen programmiersprachen den datentyp boolean so jetzt geht und wer daran die klasse my robot tatsächlich zu implementieren sie sehen hier noch mal rechts unten das uml diagramm die ausführliche form und wir beginnen hier die klasse zu implementieren sie sehen eben hatten wir enum my robot jetzt haben wir class my robot um anzudeuten das soll jetzt keine enumeration sein sondern das soll jetzt eine klasse sein auch hier wieder public denn die klasse my robots soll auch im anderswo importierbar sein dafür müssen wir sie hier public deklarieren auch hier wieder alles was jetzt kommt was die eigentliche klasse ausmacht was sie hier rechts im oml diagramm dann als details sehen das ist in geschweiften klammern und hier habe ich jetzt erst einmal nur ausfüllen geschrieben als kleiner marker hier muss jetzt noch eine ganze menge hin geschrieben werden um die klasse my robot tatsächlich mit inhalten zu füllen und das sind auch schon die vier attribute hier sehen sie die vier attribute noch mal rechts im oml diagramm und hier sehen sie noch mal geschrieben int x int y int number of coins drei attribute vom typ int ganze zahlen ein attribut von dem gerade eben erst eingeführten selbst gebastelten enumeration typ und was ich eben gesagt habe was hier mit minus angedeutet ist im oml diagramm das schlüsselwort private vorneweg sagt diese vier attribute lassen sich außerhalb der klasse my robot nicht ansprechen wenn sie ein objekt eine variable der klasse my robot verwenden in ihrem eigenen code dann können sie diese vier attribute nicht verwenden sie können nicht darauf lesen oder schreiben zugreifen nur die methoden der klasse my robot dürfen dass die haben exklusiven lese und schreibt zugriff auf diese vier attribute das ist ein generelles konzept einkapselung das uns immer wieder begegnen wird wir wollen nicht dass der nutzer einer klasse direkt auf die attribute zugreift in der regel wollen wir das nicht weil er damit nur fehler machen kann weil er hat tatsächlich dann unsinn fabrizieren kann es der zugriff soll moderiert werden durch entsprechende methoden und diese methoden werden wir dann sehen hier ist die erste methode das ist die gesamte methode move also sehen hier noch mal den kopf der klasse my robot wie wir sie eben gesehen haben mit geschweiften klammern drumherum vor der methode move gibt es so einiges unter anderem haben wir da als erstes die attributen geschrieben und danach gibt es noch andere sachen hier ist die methode move selber ohne schnörkel ohne alles das ist die gesamte methode move fertig so die müssen uns jetzt ansehen um sie zu verstehen die methode move der name steht hier und auch hier wieder keine parameter wir werden später noch in diesem video methoden mit parameter sehen hier erstmal keine parameter wir müssen aber im gegensatz zu manchen anderen sprachen hier das leere klammerpaar hinschreiben um anzudeuten eine leere liste von parametern es wird der methode move nichts übergeben keine information braucht sie auch nicht denn um einen schritt in blickrichtung vorwärts zu gehen braucht move keinerlei informationen mit mit zu bekommen so public auch wieder im gegensatz zu private damit die methode move dann tatsächlich auch außerhalb der klasse my robot verwendet werden soll so wie die methode move von robot ja auch außerhalb der mit der klasse robot verwendet werden kann das ist ja der sinn und zweck der ganzen dass solche methoden von nutzenden programmen verwendet werden können und hier wiederum in geschweiften klammern hier und hier sehen sie das was eigentlich passieren soll in der methode move und das ist ganz einfach was soll denn in dem move passieren wenn der roboter nach oben zeigt dann soll die zeile um eins erhöht werden dann soll er auf die nächste zeile gehen der zeilen wert y soll um eins erhöht werden hingegen wenn dann wenn der roboter nach rechts zeigt zeigt soll der spalten wert um eins erhöht werden das x wenn der roboter nach runter zeigt soll der spalt nein schön der zeilen wird um eins vermindert werden und ansonsten bleibt noch ein vierter fall übrig nämlich wenn der roboter nach links zeigt dann soll der zeilen wird um eins vermindert werden ja nichts anderes macht move move ändert einfach entweder je nachdem nach blickrichtung entweder den die aktuelle zeile oder die aktuelle spalte um eins und je nachdem wie die blickrichtung ist entweder erhöht oder vermindert ihr was um eins und das ist schon die gesamte methode move mehr passiert nicht wenn sie methode move auch von klasse robot aufrufen so wie kann man sich das ganze jetzt vorstellen also ich habe jetzt hier mal einen ganz kleinen code ausschnitt geschrieben der einfach nur zum spielen da ist also wir fangen an damit dass wir hier irgendwas machen was jetzt auch nicht weiter wichtig ist rufen dann die methode move auf mit robot das heißt es wird jetzt an dieser stelle im ablauf des programms zum code von move gesprungen und es wird sich natürlich gemerkt um mit welchem roboter es um welchen roboter es hier geht nämlich das objekt was hinter robot steht die adresse die darin steht wird hier sich gemerkt das wird ausgeführt dieser code der methode move mit robot dann geht es wieder zurück an diese stelle ja wir sind also zum code der methode move gesprungen und springen nach beendigung wieder zurück führen diese anweisung aus die danach kommt springen wieder zur methode move von robot aber jetzt mit einer anderen als als der vorhergehenden referenz nämlich die robot 2 so dass also bei robot 2 bei den attributen von robot 2 dann entsprechend die änderung von x oder von y stattfindet dieser code wird ausgeführt und dann wird wieder zurück gesprungen und diese anweisung wird ausgeführt und damit ist dieser ganze codeschnipsel hier fertig so wir müssen uns aber noch ein bisschen mehr hier anschauen was das alles wirklich konkret bedeutet wenn sie die die einstiegsmethode main aufrufen dann was passiert dann an irgendeiner stelle im im haupt in ihrem speicherplatz gibt es einen stack pointer und es gibt einen reservierten platz für informationen zu den aufgerufenen methoden wenn sie die methode main aufrufen hier beginnt dieser dieser bereich der sogenannte call stack aufruf stack aufrufstapel wenn sie zunächst mal die methode main aufrufen dann wird hier informationen abgelegt für diesen aufruf der methode main so ein stück informationen nennt man frame da sind alle möglichen informationen drin die zu dem aufruf von main gehören wenn jetzt in main move aufgerufen wird wird der stack pointer hierhin gesetzt eins weiter hier wird informationen abgelegt zu dieser methode move und wenn die methode move beendet ist dann wird der stack pointer wieder zurück gesetzt und die information die hier drin ist die ist verloren die wird beim nächsten aufruf beispielsweise hier der methode move dann wieder überschrieben mit den neuen informationen so dass sich das ganze jetzt etwas ausführlicher für einen solchen aufruf der methode move darstellt nämlich dass wir hier doch einiges dazu machen was was passiert wenn wir in move jetzt mit einer adresse mit einer anfangsadresse eines objektes dann herumhantieren dann wird zunächst einmal wenn zum beispiel hier eine der eine der verschiedenen verschiedenen x oder y werte geändert werden soll in der methode move dann wird zunächst einmal geschaut auf das objekt das sind auf das robot objekt geschaut die anfangsadresse und an irgendeiner stelle mit irgendeinem offset mit irgendeiner speicheradress differenz steht dann da drin das attribut direction und dann wird geschaut welcher wert steht in diesem attribut okay falls falls der inhalt gleich ab ist also dass der roboter nach oben zeigt dann springt der roboter hier hin falls er nicht der inhalt ist falls der inhalt der ist dass der roboter nach oben gerade zeigt dann wird y der wert wird y ausgelesen und der wird beziehungsweise die adresse davon wird ausgelesen und der wert der an dieser adresse steht wird um 1 erhöht und dann ist ja nichts mehr zu tun in der methode move wenn der wenn der blickwinkel nach oben ist dann wird einfach y um 1 erhöht und dann kann die methode beendet werden die anweisung die wir eben gesehen haben zu beenden der methode die werden dann ausgeführt falls aber hingegen nicht der roboter nach oben zeigt dann geht es weiter mit den anderen fällen die sind hier ausgelassen so jetzt haben wir einen ersten eindruck bekommen von methoden die wort sind die also nichts zurückliefern hier sehen sie jetzt vier methoden die etwas zurückliefern nämlich jeweils dreimal int und einmal my direction und sie sehen das bildungsprinzip ist ganz einfach da wo vorher void stand steht jetzt jeweils der typ der zurückgeliefert wird dreimal int und einmal my direction und es wird in jedem dieser fälle wollen wir einfach nur den aktuellen attributwert zurückgeben wir wollen hier mit get x einfach den inhalt von x das heißt also die spaltenzahl die aktuelle spaltenzahl zurückliefern die aktuelle zeilenzahl die aktuelle blickrichtung und die aktuelle anzahl von münzen und sie sehen wie das gebildet wird auf auf die frei auf das private attribut x kann diese methode von my robot tatsächlich zugreifen ja private heißt das hatten wir vorhin gesagt außerhalb der klasse my robot kann man darf man nicht zugreifen auf dieses attribut aber innerhalb mit den methoden von my robot kann man darauf zugreifen und wenn sie mit einem objekt von klasse my robot get x aufrufen dann wird von diesem objekt der x wert hier zurückgeliefert analog die anderen drei fälle und damit ist eigentlich schon alles soweit gesagt sie sehen wie wie die bildung ist immer mit return vorneweg das ist ein schlüsselwort das exklusiv dazu da ist das reserviert dazu ist um anzuzeigen dass dieser wert jetzt von der methode zurückgeliefert werden soll und wenn ich return x oder ähnliche schreibe nach ausführung ist dann auch die nach ausführung von return x ist dann auch die methode get x insgesamt beendet und liefert eben den aktuellen wert von x zurück so kann man sich das dann vorstellen wenn die wenn wir etwa so was wie get x aufrufen ist wieder alles etwas komplizierter hier vorneweg noch wieder eine andere anweisung als startpunkt wir haben schon gesehen der stackpointer muss entsprechend umgebogen werden für den neuen frame wir berechnen die adresse der nächsten operation die nächste operation nach aufruf von get x ist die zuweisung des zurückgelieferten wertes an die variable i diese adresse die ist ganz wichtig wir müssen ja wissen wohin die nach ausführung der methode wieder zurück gesprungen werden muss wo wird das gespeichert das wird in dem frame für den aufruf dieser methode gespeichert da gibt es eine stelle die es reserviert dafür dass dort die rücksprungadresse gespeichert wird das heißt also wir rufen get x auf in dem frame der für get x angelegt wird wird gespeichert dass an dieser stelle als nächstes die zuweisung des zurückgelieferten wertes an i das dahin zurück gesprungen werden muss und dort dann eben der prozess weiterläuft dann müssen wir natürlich auch die adresse die in robot steht also die anfangs adresse des objektes auf das robot verweist die müssen wir auch in den frame reinsetzen auch dafür gibt es eine reservierte stelle im frame für die adresse des objektes mit dem diese methode aufgerufen wird und jetzt wieder dasselbe wie wir vorher auch schon bei methode move gesehen haben irgendwo steht in diesem objekt bei jedem objekt an derselben stelle mit demselben offset mit derselben adress differenz zur anfangs adresse steht der wert x das attribut x drin und von diesem attribut x den wert nehmen wir und kopieren ihn natürlich nicht wir sondern das macht der der computer der nimmt diesen wert liest ihn aus kopiert ihn an eine spezielle stelle die reserviert ist ein spezieller speicherplatz der reserviert ist für rückgegebene werte und von diesen den habe ich hier groß weh genannt und als letztes hier sind wir sind wir dann hier tatsächlich wieder zurück aus dem methodenaufruf von get x wird dieser wert aus dieser stelle dann tatsächlich in i kopiert was diese zuweisung gleich eben ausdrückt so hier vielleicht noch mal ganz kurz zwei methoden die etwas zurück liefern get number of coins haben wir eben schon gesehen bullshit methode has any coins haben wir schon mehrfach gesehen aber nicht implementiert has any coins soll true zurück liefern wenn genau dann wenn der roboter Münzen hat das heißt wenn die anzahl der Münzen die dieser roboter hat größer 0 ist und genau das liefern zurück number of coins größer 0 ist ein ausdruck ein boolscher ausdruck also ein ausdruck der true oder false sein kann und wenn er true ist dann wird true zurückgeliefert und wenn er false ist wird false zurückgeliefert das heißt also hier an dieser stelle wird number of coins ganz ausgelesen es wird getestet ob größer 0 und wenn größer 0 wird true zurückgeliefert wenn wenn nicht größer 0 wird false zurückgeliefert man kann es natürlich auch so machen und für größere komplexere programme und größere komplexere klassen wird sich das auch anbieten dass wir tatsächlich methoden die wir an der einen stelle geschrieben haben dann an der anderen stelle innerhalb derselben klasse wieder verwenden das ist hier an dieser stelle mit diesem einfachen beispiel noch nicht so unbedingt wichtig aber bei komplexeren beispielen ist es wichtig wenn hier eine komplexere logik drin ist dass man die nicht zweimal hier drin hat einmal bei get number of coins und einmal bei has any coins sondern dass man sie nur einmal implementiert und dann hier in der anderen methode einfach wiederverwendet weil sonst müssten wir komplex komplexen code redundant implementieren das ist sehr fehleranfällig spätestens dann wenn wir etwa in diesem redundanten code zweimal fast derselbe code beispielsweise änderung modifikation vornehmen wollen und dann müssen wir immer daran denken dass wir an jeder anderen stelle diese modifikation vornehmen wenn wir so dass so wie hier machen an dieser stelle dass wir nur einmal die eigentliche logik implementieren und an der anderen stelle durch methodenaufruf verwenden brauchen wir dann wenn das hier komplexere logik wäre als hier in diesem kleinen beispiel dann könnten wir da einfach nur hier alles ändern und hier bräuchten wir nichts zu ändern die logik bliebe würde mit folgen so das würde dann so aussehen von main aus wird has any coins aufgerufen und intern in has any coins wird get number of coins aufgerufen ja also das konzept call stack stack pointer wird einfach weitergeführt hier sehen sie noch mal ein beispiel warum es wichtig ist dass wir ein so flexibles konzept haben mit call stack und stack pointer sie sehen hier zwei verschiedene schnappschüsse von dem selben programm von der ausführung des selben programm ja einmal wurde get number of coins irgendwo direkt aus main aufgerufen und einmal zur anderen stelle wurde get number of coins indirekt ausgerufen main hat has any coins aufgerufen has any coins hat get number of coins aufgerufen und sie sehen wir können nicht einfach irgendwo ein stück speicherplatz für get number of coins reservieren wir müssen das schon so kompliziert machen denn ansonsten hier brauchen wir ja dann immer die ganze information ansonsten würde die information verloren gehen was jetzt als nächstes wieder wenn wir zurückspringen dass wir hier zu has any coins zurückspringen und dass wir hier zu main zurückspringen so jetzt kommen wir zu unseren ersten methoden mit parametern wir haben bei klasse robots methoden zx und zy die wir jetzt nach implementieren nämlich dass wir explizit die spalte beziehungsweise die zeile umsetzen dass wir explizit sagen dieser wert new x den wir hier als parameter übergeben wieder auf dieselbe art und weise erst der datentyp dann der name das attribut x soll auf diesen neuen wert gesetzt werden beziehungsweise das attribut y soll auf diesen neuen wert gesetzt werden oder auch mit zwei parametern das sehen sie hier wenn sie mehr als ein parameter haben ist eigentlich alles immer dasselbe nur die parameter müssen durch komma getrennt sein und sie sehen hier das ist einfach zx und zy die logik dieser beiden methoden zusammengefasst sie bekommen zwei parameter ein zusatz zur neusetzung des x wertes der spalte also ein zur neusetzung des y wertes der zeile also hier nochmal ein anderes beispiel für eine methode mit parametern eine methode copy die logik von copy ist die wenn ich copy aufrufe für einen roboter robot punkt copy oder so etwas dann muss ich dem noch einen zweiten roboter als parameter hinzugeben denn der andere roboter und was herauskommen soll ist dass der robot mit dem ich die methode aufgerufen habe dann einfach die attribut werte übernehmen soll die der andere robot jetzt gerade hat das heißt also mein eigenes x soll das überschrieben werden mit dem x wert des anderen roboter y und die anderen entsprechend auch und das kann man sich beispiel so vorstellen hier wenn ich hier copy aufrufe ja mit my robot 2 rufe ich copy auf der andere robot ist hier my robot ich will also mit diesem aufruf dass my robot 2 nach diesem aufruf dieselben attribut werte hat wie my robot das heißt also dieselbe zeile dieselbe spalte dieselbe blickrichtung dieselbe anzahl münzen und wenn ich das jetzt hier aufrufe innen drin ist das ja my robot ist das nicht my robot sondern other robot was da tatsächlich passiert ist das nicht das objekt hier kopiert wird oder irgendetwas sondern was ich hier draußen my robot nenne als parameter übergebe und was innerhalb der methode other robot heißt ist dasselbe objekt nur my robot hier eingerichtet außerhalb von der methode copy und other robot der parameter innerhalb der methode copy sind zwei verschiedene referenzen die auf dasselbe objekt zeigen das wird also von my robot in other robot beim aufruf von copy nur die adresse kopiert so jetzt sieht die sache aber anders aus wenn wir jetzt my robot und my robot 2 miteinander vergleichen das sehen sie jetzt hier wir haben von vornherein zwei verschiedene robot referenzen eingerichtet my robot und my robot 2 wir haben von vornherein zwei verschiedene objekte eingerichtet wir haben dieses bild im prinzip schon mal gesehen genau so sieht das aus zwei verschiedene referenzen zwei verschiedene objekte und daran ändert sich durch das copy überhaupt nichts der punkt ist einfach der wenn ich my robot 2.copy aufrufe mit my robot als anderem robot dann wird bei my robot 2 hier die werte dieser attribute werden dann so wie wir es implementiert haben überschrieben mit den werten des entsprechenden anderen objektes ja es werden einfach nur werte kopiert von dem einen objekt in das andere aber an den objekten selber ändert sich überhaupt nichts so jetzt haben wir alle methoden soweit geschrieben bis auf eine die wir schon ganz so anfang verwendet haben die den schönen namen konstruktor trägt klassen haben konstruktoren konstruktor wird aufgerufen bei new und die parameter liste des konstruktors ist die parameter die sie hinter new robot oder hinter new my robot oder was immer für eine klasse sie schreiben dann zum tragen kommt wir haben das schon gesehen wenn sie new robot oder bei uns jetzt new my robot ein objekt einrichten dann soll da in runden klammern durch kommers getrennt als parameter der x wert der y wert die richtung und die anzahl der münzen die initialen werte dazu bei der einrichtung des roboters die soll übergeben werden und dazu brauchen wir einen konstruktor der das macht wie sie sehen das ist im prinzip genauso eine methode wie wir sie bisher gesehen haben aber es gibt einen einzigen großen unterschied nämlich der name der methode ist gleich dem namen der klasse ein konstruktor hat als name der methode den namen der klasse alle anderen methoden die nicht konstruktoren sind haben andere namen dürfen nicht den namen der klasse als eigenen namen haben und sie sehen auch noch eine kleine eigenart nämlich wir schreiben da weder void noch irgendeinen datentyp hin sondern einfach hinter dem public gleich den namen der klasse die er dann der namen des konstruktors ist wenn wir diesen konstruktor so geschrieben haben mit vier parametern die eben die vier attribute des neu eingerichteten objekts initial setzen was dann passiert ist new ruft new robot oder hier in diesem fall bei unserem nachgebastelten robot new my robot mit diesen vier werten in klammern wird dieser konstruktor aufgerufen diese vier werte werden gesetzt das wird passiert automatisch hier sehen sie das noch mal grundsätzlich wenn das auch wenn so eine zeile abgearbeitet wird dann wird ein eine referenz eingerichtet der wir den namen my robot gegeben haben es wird ein objekt eingerichtet entsprechend speicherplatz von ausrechner größer reserviert es wird der konstruktor aufgerufen mit diesen vier werten und wir haben eben auf der letzten folie gesehen was dieser konstruktor macht und hier durch die zuweisung operator new liefert auch ein den den die hatte die anfangs adresse des eingerichteten objektes zurück durch diese zuweisung wird diese anfangs adresse in my robot gespeichert und damit ist diese zeile zu ende jetzt haben wir zwar immer noch nicht verstanden warum das so kompliziert ist aber wir haben immerhin doch ein gutes verständnis erreicht was in so einer zeile wie da oben dann tatsächlich alles vor jetzt vor sich geht hier sehen sie das ganze noch mal mit einer anderen klasse x wir werden uns so langsam aber sicher von vorbott lösen und auch andere beispiel klassen die nichts mit vorbott zu tun haben uns anschauen oder auch so wie hier einfach klassen die nicht keinen wirklichen sinn und zweck erfüllen die rein zu illustrations zwecken da ist und die deshalb irgendwie zum beispiel klasse x genannt werden und die attribute werden einfach so genannt so wie hier und so weiter und so fort so jetzt haben wir gesagt wir brauchen ein konstruktor hier aber sie sehen hier bei diesem aufruf da wird tatsächlich ein konstruktor mit leerer parameter liste aufgerufen aber wir haben gar keinen hier links in der klasse x implementiert die regel ist die wenn wir keinen konstruktor implementieren dann wird automatisch bei der übersetzung ein konstruktor mit leerer parameter liste eingefügt eingefügt in die klasse und dieser konstruktor macht nichts enthält keine anweisungen wird aber hier pro forma aufgerufen so dass also jede klasse automatisch ein konstruktor hat egal ob sie selber einschreiben oder nicht ja man hier vielleicht noch eine kleine variation sie können auch initiale werte anstelle vom konstruktor wenn sie immer wissen dass bei allen objekten dieser klasse immer der selbe dieselben initialen werte sein sollen in diesem fall brauchen sie das nicht in einen konstruktor zu packen sondern können das so wie hier so wie sie es hier sehen auch schon so einrichten dann sind das die initialen werte für diese drei attribute so wenn wir attribute haben wir haben schon ein bisschen bei der klasse my robot herum gespielt hier vielleicht noch mal ein etwas systematischere blick auf attribute die die attribute sind jetzt public definiert damit wir da einfach zugreifen können ja wir wollen wir wollen jetzt nur etwas illustrieren da kann uns private nur stören so dadurch dass sie public definiert sind können wir von außerhalb der klasse x darauf zugreifen und darauf zugreifen auf ein attribut zugreifen heißt lesen schreiben darauf zugreifen wir können zum beispiel über a können wir das objekt ansprechen so wie wir auch bei robots das schon gesehen haben a.i ist diese speicherstelle die in diesem objekt hier für die int für das int attribut i reserviert ist und wir können das hier auf der rechten seite lesen den wert raus lesen auf diesen wert den wir hier raus gelesen haben den nächst höheren wert hernehmen durch addition plus 1 und der wert der hier raus kommt den können wir zum beispiel auch wieder hier in diese speicherstelle speichern das ist einfach nur illustrativ um zu zeigen lesend rechte seite von der zuweisung lesend auf den speicherplatz hier dieses i in dem objekt auf das a verweist lesen darauf zugreifen irgendwas damit machen mathematisch und aber genauso gut auch schreiben zugreifen oder so wie hier beispielsweise double enthält ja int ja in jeder jeder in wert kann in double gespeichert werden so dass sie also zum beispiel lesend auf den speicherstelle i und dann schreiben auf die speicherstelle d zugreifen können so damit sind wir jetzt beim ende dieser dieses videos hier nur noch eine kleine variation des ganzen zur vertiefung des verständnisses so wie sie ein attribut von von einem primitiven datentyp wie int haben können können sie auch ein attribut beispielsweise von einer klasse haben wenn sie jetzt von dieser klasse y eine referenz und ein objekt einrichten dann ist da ja ein attribut klein x drin und wie richten wie initialisieren sie das na ja genauso wie sie immer klassen objekte davon eingerichtet haben nämlich mit new x das heißt a.x diese speicherstelle hier die verweist dann auf ein neu eingerichtetes objekt vom typ groß x so wie sie das hier jetzt angedeutet sehen